Was wäre gewesen, wenn? Norbert Schnabel beschreibt ein fiktives Ereignis. Was, wenn es wahr geworden wäre? Es hätte die Welt verändert, Religionen und theologische Ansätze vollkommen umgekrempelt und auch die Krippenbewegung ad absurdum geführt. Ja, wenn! Walter war gerade neun Jahre alt geworden und ging in die zweite Volksschulklasse, obwohl er eigentlich in der vierten hätte sein sollen. Er war groß und manchmal unbeholfen, langsam in seinen Bewegungen und im Denken. Aber als seine Klassenkameraden mochten ihn, er war stets hilfsbereit und gutmütig und heiter und der geborene Beschützer der Jüngeren. Eigentlich wäre Walter im Krippenspiel gern ein Hirte mit Flöte gewesen. Seine Lehrerin hat ihm aber eine wichtigere Rolle zugedacht. Der Wirt hatte schließlich nur wenige Worte zu sprechen. Und so überlegte sie sich und Walters Größe würde der Weigerung, Josef und Maria zu beherbergen, noch mehr Nachdruck verleihen. So versammelte sich wie gewohnt die zahlreiche Zuhörerschaft zu der alljährlichen Aufführung der Weihnachtsgeschichte. Mit Hirten und Krippe, mit Bärten, mit Engeln, mit Heiligenscheinen und einer Bühne voller heller Kinderstimmen. Doch weder auf der Bühne noch im Zuschaueraum gab es jemanden, der vom Zauber dieses Abends mehr gefangen war als Walter. Es kam der Augenblick, wo Josef auftrat und Maria behutsam vor die Herberge führte. Josef pochte laut an die Haustür, die man in die Kulisse gemalt hatte. Was wollt ihr? fragte Barsch, der Walter, und stieß die Tür heftig auf. Wir suchen Unterkunft. Ach, sucht sie anderswo, Walter blickte starrgerade aus, sprach aber mit kräftiger Stimme. Die Herberge ist voll. Herr Wirth, wir haben überall vergeblich gefragt. Wir kommen von weit her und sind sehr erschöpft. In dieser Herberge gibt es keinen Platz für euch. Walter blickte streng. Bitte, lieber Wirth, das hier ist meine Frau Maria. Sie ist schwanger und braucht einen Platz zum Ausruhen. Ihr habt doch sicher ein Eckchen für sie. Sie ist doch schon so müde. Jetzt lockerte der Wirth zum ersten Mal seine starre Haltung und schaute auf Maria herab. Dann folgte eine lange Pause. So lang, dass es für die Zuschauer schon ein bisschen peinlich wurde. Nein, schert euch fort, sagte der Soufflor in der Kiste. Nein, wiederholte der Warte automatisch. Schert euch fort. Traurig legte Josef den Arm um Maria und Maria lehnte den Kopf an die Schulter ihres Mannes. So wollten sie ihren Weg fortsetzen. Aber der Wirt ging nicht wieder in seine Herberge zurück. Walter blieb auf der Schwelle stehen und blickte sorgenvoll, die Stirne gefurcht, den Paar nach. Und man sah deutlich, dass ihm die Tränen in die Augen traten. Und plötzlich wurde dieses Krippenspiel anders als alle bisherigen. Bleib hier, Josef, rief Walter. Bring Maria wieder her. Walters Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln. Ihr könnt mein Zimmer haben. Was wäre wohl gewesen, wenn damals vor 2000 Jahren der Wirt, ja, wenn.